Musik 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 Ich nehme jetzt mal kurz auf wegen dem Hacker-Report Okay Also da kann man echt nur aufnehmen Ich nehme jetzt mal ganz kurz auf wegen dem Hacker-Report Okay, ich habe schon viel lecker gesehen, aber das wird nicht alles, würde ich sagen Ja, letzte Runde, diese Runde Letzte Runde ist leider mein Aufnahmeprogramm nicht offen So, den einen habe ich unten Also gehen in den Hacker, da muss ganz viel Volk vorgehen Einfach nur mit Spitzacke drauf Oh, ich gehe ohne Spitzacke, ich gehe einfach rauf Wie kannst du das nicht bekommen? Du musst natürlich Hacker-Reporten Ja Loll, was hast du für eine Reichweite, wie viele Blöcke die habt Auch schon gemerkt? Ja Ich glaube, zieht man es langsam, was für Hacker er hat Unter anderem Kritiker Du brauchst gar nichts sagen Wenn Gomi nicht bann, dann frage ich mich Ey Dann könnte ich Dann lache ich ja von uns Gomi Für ihre Unfähigkeit Hacker zu bannen Ich habe Gold, aber ich komme nicht nach Hause Oh Da hat man einmal Gold Ich glaube, ich bin oben Ja, klar Ich bin oben, weibf, ich bin oben Vielleicht bin ich oben, wir wollen Ich bin oben, ich bin oben oben da Ich bin oben, ich bin oben, ich bin oben so ich mache jetzt kurz eine Ausrüstung okay und ich bin nicht übel schlecht in PvP Lappler der Decke würde machen ich habe der Ecke ist mein Sturm aber er hat mich trotzdem wir müssen stärker doch ich habe unsere Dings ein bisschen eingebaut nur ein bisschen und mit Kissen und ich kann mir sicher dass es gibt man hat was aufnahmen auf jeden Fall jetzt hat man es gut jetzt hat man es sehr gut gesehen was für eine Killer-Aura hatte schön wie die äh nicht Killer-Aura sondern Anti-Knock-Better hatte ich kann die Blöcke nicht sehen weil JOO Alter ich sag's dir ich werde auf die Ausrüstung du bist einfach nur du hast den Chatband vermute ich jetzt mal weil du Hacker geschrieben hast mit Abstand weißt du wie ich daran gewöhnt bin? da ist die Killer-Aura an ich glaube ich lass dann einfach auf den Kanal hoch von mir und dann noch mal gucken was soll man da machen 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 ich hab Gold komm mal in die Mitte ich hab keinen Bock mehr eigentlich oh nein nein tut mir leid gelber komm in die Welt und bring mir blöcke nein du musst mir nur Blöcke bringen nur Blöcke bringen und wie willst du gegen den Hacker gewinnen das ist meine Frage okay wie kam von wo kommt der was ist daran flache Fragezeichen alle hacken von denen so ich bin noch weg ich hab keinen Bock mehr mach einfach nur hoch nach und so bei ihnen und dann bis B kein Bock mehr User disconnected from your channel ja mach was jetzt alleine weiter hier ja Antinettburg schön sieht man hier schön gut job Flyer gerade auch noch ja schon Eike Report Schade, aber ihr habt's gesehen, diese scheiß Hacker. Bis zum nächsten Video, tschau.